Und jetzt kommt das Quotifind! Wann soll das Wetter werden? Wolkenlos, ok, gut. Wollen wir mal ein bisschen fahren lassen, die anderen. 1,33, 0, hei, 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 wenn ich wahrscheinlich zweimal raus muss, werde ich einfach mal jetzt sofort eine fliegende Runde anfangen. Und den Motor sofort auf Schnell stellen. Und den Frontvögel vorne hoch. In der Hoffnung, dass diese Runde jetzt mal wenigstens passt. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz ok aus. Wer ist das? Algaswari. Was ich jetzt so wirklich merke, ist eigentlich, dass die Weichenreifen wirklich einen Vorteil haben. Also lässt sich hier einfach momentan fahren. Nein! Scheiße! Das war ja schon mal gar nichts. Wie schön, dass ich mich ausreichend nicht da nachher gedreht habe, wo die Runde so gut war. So, dann werde ich mal noch eine Runde jetzt hinlegen. Das war schon mal schlecht. Gut, das sieht jetzt auch mal wieder ganz gut aus. So, dann werde ich mal hoffen, dass wenigstens einigermaßen wird. Natürlich nicht. Wieso sollte sie auch vernünftig werden? So. Wow, letzter Platz. Sehr gut. Das ist motivierend. Ich weiß. So wechselt die Reifen für mich los. Wir wechseln jetzt die Reifen. Fliegende Runde. Noch fünf Minuten. Noch fünf Minuten bleiben in dieser Session. Oh, sag mal jetzt nicht. Oh, sag mal jetzt nicht. Na klar, nochmal Verkehr, Leute. Noch mehr Verkehr. Hier. Ist ja nicht so, dass ich auf einer schnellen Runde bin, Penne. Was ist da vorn? So, na komm, jetzt muss ich auf jeden Fall mal hier die Zeltung kommen für den Flieger. Hm, das wirk. Gut, also eine Runde kann ich hier noch fahren, die werde ich auch noch fahren. Zwölfter Platz, das ist der zwölfte Platz. 1,9 Sekunden. Noch drei Minuten verbleiben in dieser Session. Na gut, aber laut Spiel verliere ich ja im zweiten Sektor so viel. Ich weiß aber nicht so wirklich warum. So lange ist der zweite Sektor gar nicht. So, auf jeden Fall diese Runde wird hoffentlich jetzt besser, weil so viel kann ich jetzt gar nicht mehr versauen. Ja, doch eigentlich schon. Oh, die versau sie fast. Na komm, da geht noch was, da geht noch was. Boah, da muss noch irgendwo mehr zu holen sein. Geht also schnell. Na, mal schauen. Noch eine Minute. Noch eine Minute, okay, gut. Bleib ich jetzt bei Platz 11 oder nicht? Da hätte ich, finde ich, nicht freie Reifenwahl. Ich probiere es einfach mal. Noch 30 Sekunden, ja, nur 30 Sekunden. Ja, und das ist... Nach der letzten Runde liegst du auf Platz 8. Okay, gut, Platz 8. Damit kann ich noch einigermaßen zufrieden geben jetzt. Du stehst morgen auf Startplatz 8. Gut gemacht. Na ja, ob es nun wirklich gut ist, lasse ich mal noch offen. Ich habe noch Bornen 볼gestellt. Ich weiß, ich weiß nicht.